Jetzt war in einer neuen Woche hier bei The Let's Player, denn es ist Hamburg hier! Es ist hier Watch Dogs 2, Freunde, ich bin sowas von gespannt, äh... Ich hab das vorher mal... Ich bin gespannt, ist ja Quatsch. Ich hab das mal ein bisschen angezockt, Freunde, aber ich find das irgendwie nicht so... Also, gut, es ist in Ordnung, also... ... von Watch Dogs, aber allerdings, ähm, muss ich dir ehrlich mal zu sagen, ich find das einfach eine Nachahmung von, äh, GTA, also, kleiner Abklatsch. Aber gut, Freunde, egal. Jo, eben grad Feierabend gehabt, vorhin schnell nach Hause hier. Eben noch mal einen kleinen Stream machen und wie gesagt, äh, wenn das... ... beendet ist hier, das Stream, wird das Ganze heute Abend hochgeladen werden, weil ich kann wirklich nicht so lange... Vor allem heute Abend, äh, mache ich noch einen kleinen Vlog für euch. Und zwar werde ich das Ganze auch später auch, äh, bei YouTube, äh, sortieren. Da gibt's auch einen neuen Ordner oder einen neuen Kanal mit, äh, Blogs und Vlogs, Freunde. Also, heute Abend, ich weiß nicht, ob ihr das schon um die Ohren bekommen habt, da liegt, ähm, 22 Uhr, da sollte normalerweise eigentlich hier in Hamburg alten Werden da anliegen, aber da das weltgrößte Containerschiff nicht durch die Köprabücke passt, wurde sie halt am Burkhard Kai verlegt. Jo, 22 Uhr, Freunde. Nee, nee, das Ding ist 400 Meter lang, also stelle ich mal vor, wer aus Hamburg kommt, das Ding, äh, vom Fernsehturm. Der Fernsehturm ist, Max, glaube ich, 90, 93 Meter hoch und dann stellt euch mal vor, 400 Meter lang, Freunde. Also, äh, da ist der Heinrich Herzturm mir gar nix. Ne? Jo, da melde ich mich dann heute Abend live aus dem Hamburger Hafen. Was heißt live? Ich will das Ganze aufzeichnen und dann halt hoch bleiben später. Weil, äh, ich da noch ein bisschen Ruhe haben möchte und so. Haha. Und vor allem, Freunde, das Ding ist, äh, ich bin mal gespannt, ob das Ding teilbeladen ist, weil da passen maximal auf dem Schiff 20.000 Container rauf, Freunde. Und, äh, das Ding hat dann auch maximal einen Tiefgang von 17,5 Meter. Also, stellt euch das mal vor, Freunde. 17,5 Meter, da nimmt man Lineal, also, das wird da nicht hin. Ja, von da aus werde ich mich, wie gesagt, heute Abend melden. Gut, ich wohne zwar in Hamburger Hafen hier, aber trotzdem. Jo, dann los geht es jetzt hier mit Watch Dogs 2. Ich habe schon auch hier vier Feinde entdeckt. Vor allem, ich habe es mal gerade ausprobiert, ähm, den Live-Chat mal von Zuschauern hier zu deaktivieren, Freunde. Und jetzt seht ihr auch komplett das Vollbild hier, also, yo, dann, los geht's und vollen. Äh, ich hoffe, dass ihr die Klimaanlage hier nicht wirklich gerade hört, beziehungsweise die, die Belüftung, weil ich bin gerade hier noch am Umbau. Und es gibt auch die nächsten neue Roomtour übrigens. Ich habe schon mal runtergeschraubt hier. Aber das ist ja sowas mit warm wieder draußen in der Sonne. Jo, guti. Los geht's. Watch Dogs 2. Hey, Arschloch, ja was? Oh! Der Wichser ist immer anders. Der Wichser ist immer anders. Der Wichser ist immer anders. Deine Mutter ist immer anders. Was willst du denn? Geh dir runter. Oh, 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 oh. Die wird geschossen. Bitte machen Sie schnell, bitte. Bitte, bitte. Bitte. Du rufst die Polizei dahinten? Du wirst du nicht mal ganz frisch in der Biel. Oder was? Oder eine ganze Steuerung ist hier ganz anders hier als Magier. ja freunde so die vollkommen ich mal sagen dass wir so sagen gab die bullen los geht's tschüss freunde ich hab's erwischt ist so schön durch los geht's hier mit der kleinen stadtrundfahrt freunde ja was denn falsche richtung so macht ihr den koffer rum hinten auf da ist auch gar nichts drin ich glaube ich schmuggeln irgendwas oder was ich bin doch gar nicht mehr da nur die von der verarschen freunde sind ja im spiel das ist was ganz anderes in der realität ist die die zeitlich gut so hey ja 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 habt ihr doch schon so ja hab ich doch fast ja kommen kann mich kann mich doch spart ihr benzin so dass wir mal sagen wir drehen mal kurz hier sagt das ist nur just for fun hier freude ich bin der gta treu zivilisten ich mach doch gar nix du kackwurst schön für dich frage ist jetzt die nachbarn das ganze hier mit denen geld transporter wir haben es geschafft hier aber verzeihung die karre ist schrott ich habe keine versicherung so mal eben aussteigen gott so kommt in die maschine die maschine los geht es auf 22 262 ja stimmt es ist ja nebenbei online hier freunde das würde es was mir aber nochmal aufgefallen ist bei warstock 2 man kann sich nicht gegenseitig töten ja wo ist er denn wo ist er wo ist er komm her hey kollege was geht ab an hier alles frisch oder was alles banane du flamme so den kann man nämlich nicht töten freunde so ein bisschen doof schlack zu was willst du eigentlich von mir hoppla die man was war das denn jetzt toll wie sowieso verbindet er mich der ubisoft hat mit jene lose ja so hohen krebs oder wacke beenden möchte ein ende die polizei ist gleich da ja so wir haben nichts gemacht wir sind ja voll unschuldig hier so kurz mal hier mal gucken nebenbei auf dem telefon alles hier zu rechten ding zu geht die jungs und der uns geht sofort weiter dann freu dich doch freu dich doch auf den kick so nixi ich brauche nicht wo sind denn jetzt die tellermützen auto oder warte halt police hat dann los über die waffe hat oder was ich schießt auch nicht ganz ruhig die verfolgung aufgenommen und da vorne ist so ein heckmeck hier der mir überhaupt nicht gefällt freundlich mal tätigen kriminellen in ihrer nähe hey alter ich muss doch ab alter gehst du beiseite genauso hey mach weg oh oh hoppla oh hoppla oh 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 kohle 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 immer gut kohle ohja lass das ich mag das nicht schlauze was lums hier was lums hier Freunde ahhh Muska Hau schnell rein hier schnell rein hier bevor wir gleich verrecken Hau macht aber nix macht aber nix ja 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 leck mich schwimmer schneller du bist sowas von der eselskackwurst das glaubst du nicht von der sonne alter so was war das denn jetzt in ja ich habe ihnen gerade eine mail bekommen so schnauze nach auf die kacke guck ihn dir genauer an alter was mit dir was oder was ist los alter jetzt mal eine kette in die fresse kriegen da stehst du drauf doch da war die schnauze was wird die personen denn was denn los was denn los ja auch mäuschen also hier will ich nicht so hart du trete die höchsteste nicht besser so das war's doch schon ihr lappen ich mache doch gar nichts gast aufdrehen oder was muss man damit machen hier freunde hey hör auf damit so raus hier ist doch gar nichts los ich mach doch gar nix alter pulle halt die schnauze machen kopf zu so ab ins boot und klettern vielen dank so ich habe kein gesicht was willst du von mir verpiss dich so schnell schnell so fahren wie sollst du fahren mann du sollst boh fahren du hackfresse ach mädchen mit dem pferdeschwanz das ding nehme ich jetzt mal vor über den einsteigen wir müssen streifen morgen mal auf das ding doch sehr gut so kann man ja eigentlich reinfahren das war ja was wir wollen wir versuchen das mal da säuft der kerl ab da säuft der kerl ab was für eine scheiße was hast du vor gar nix ich höre eine fresse polieren alter wow was denn los hier warte ich komme halt maul halten oh klappspaten es wurde verstärkung gerufen oh so komm hallo nein keine drohne bist du hässlich hallo mitnehmen nein keine drohne mann watchdog 2 ist scheiße freunde wirklich das ist echt ne gta verarsche mann hallo das gibt's doch nicht was für ein wichser hallo packst du den kack bitte wieder ein so mann babuschka so du sollst dir schrottflinte nehmen na kannst du tanzen arsch was los ja eine granate eine granate oh ich aber hoppla was na c fiss dich hab ich gesagt aua ich bin auch weh lass das lass das genau schmerzt weißt du bei mir ist es kein scherz bei mir ist es echt schmerz wir tanzen und halt die Becken du halt die Schnauze so noch was her mit der Kohle zack zack alles banale du flaume hihihi alter so ein scheiß spiel freunde ehrlich so ein verkacktes spiel ist das wir sind zu viele geben sie auf warum soll ich warum sollte ich ich bin polizeihelfer ich bin die bürgerwehr ich kratz mir jeden tach im sack ok ich tu doch nix man lasse los hört doch auf damit was ist mit dir dann nicht richtig hier friss mal eine kette ist doch schön für dich nö niemals schnauze schnauze alter oder was ist los komm her was mit dir da komm komm ah kanati papa tixi wow 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 genau ich war selber in die luft schütze nein deine genuss kurze mama mia ich bin da tot was los man hör doch auf hör doch auf hör doch auf was ist denn los ja hahaha oh man naja gut freunde dann würde ich mal sagen ich mache hier meinen cut es ist ja gott sei denn nur eine demomission hahaha nee also ich habe das vorher schon gelesen freunde ich finde das nicht einfach über entweder mich das spiel also ist nicht mein fall also das finde ich echt gta noch am besten aber gut mal kurz noch mal gucken wie bei mir im dashboard es gibt berichte über einen gewalttätigen kriminellen in ihrer nähe wirklich die richtung und die kreis Pottweiler auch süßer haben die die tue ich nix weiter die Welt Polar auch von uns gelernt sein aber Hallo Hälfte doch selber Logo Immer gerne Wann dieser fetter Rambo Jetzt habe ich auch noch Platten hier Du bist hier durchgekommen Versuch's mal Mäuschen, weg da Komm her Ich kann mich hier gehen Danke für den Ansprung Freut mich drauf Oh, weg da Polizei ist hier im Einsatz Wir sind hier auf Streife Spezial über Watch Dogs 2 Und tschüss Er wollte mit mir einen Pudding fahren Oder was? Mein Problem Mein Problem Oh Gott, ich bin getroffen Ist doch schön Komm, fang mal hier gegenlaut Quatsch Mit dir dann nicht richtig Geh weg Was willst du denn? How up? Verpiss dich Fuck you Wieso kann man die Leute nicht reinrammen Ins Wasser am besten Versuch's mal Versuch's mal Versuch's doch Hier Fahr mal die Bürger rüber Komm Hallo für Corona 11 Aua Fuck you Dann mach doch mal Ja, weg da Achtung, Freunde Tschüssi So Und weg hier Schnell weg hier Schnell weg hier Da kommt gerade Luftunterstützung An alle Ja Au Fucking Ja 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 So Und fah Fah Schmutzfuß Ja Ja Es gibt Bericht über ein zuvor identifiziertes Ziel in ihrer Nähe Ja Ja Alles klar Ha Ha Was Was So Mist Ich schneide dem Kerl den Weg ab Ah Ah Mann kommt zu Versuch's mal Versuch's mal mit Gemütlichkeit Hast das Ich hasse das Ah Fah Mann kommt zu Kein freies Schussfest Verlegen Position So Ich seh gerade Hier Ist Irgendwann online Hier Das Problem ist aber Ich kann es leider nicht sehen Chatverlauf Wer gerade geschrieben hat Auch immer hier Bei mir extern Ist natürlich ein bisschen blöd Ah Hey Mein kleiner Puschelchen ist online Hallo Eilig Grüß dich Na Willkommen hier bei Watchdog 2 Im Stream Hier Ah ja Ich bin auch Vorhin nach Hause gekommen Feierabend Endlich Und übrigens die Moll Triumph Die kommt erst heute Abend 22 Uhr Ich hab's da noch frei Vorhin mach ich ja noch Einen kleinen Block Dadurch dann heute Abend Auch noch hoch Auf YouTube So Kollege Was willst du jetzt eigentlich Hier von mir Sind wir hier auf Streife Die Spezialisten von Watchi oder was Komm Knutschi Tschüss Oh ne Alter Gas Scheiße Du sollst Gas geben Mann Kannst du mal dein Gesicht Bitte mal in meiner Schiffsschraube Da hinten halten Ah Jetzt hab ich mir selber Echt ein Ei gelegt Das ist natürlich doof Ja ich weiß Aua Ah kacke Ich geh freiwillig Gute Nacht Ich geh freiwillig Spring doch Hallo Oh wieso springt Ich hasse dieses Spiel Ehrlich Oh ich hasse dieses Spiel Na klar ist alles gut Vor allem wenn du auch da bist Noch besser Ach ja Und wie war dein Tag Auch alles gut überstanden Huch Keine Waffe Erstmal unbewaffnet bleiben Okay Wir gehen jetzt da vorne Zum FKK Strand Weil da steht so ein schönes blaues Zeltchen Und du Rufst du grad die Polizei da vorne Lass das Ich hasse das So Oh du haust mich Du haust mich Du kriegst die Schuld 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 Gar nix Klappstuhl Halt Da ist keine gute Idee Was denn Das ist Schleckerei hier Was los Willst du mich mit Golfschläger angreifen Nein du warst auch nicht Aber ich mag keine Zeugen Mäuschen Tut mir leid Eigentlich schlägt man ja Frau mit der Zunge Aber gut Das ist ein Ausnahmefall Also Daneben Was denn Ja was denn Was 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 los Ja lass doch Du bist auch widerlich Ich tritt hier ins Gesicht Noch was Na schmeckt's Magst du mein Käsefuß Noch was Nicht dich hin Geschlafen und fertig So Tschuldigung Freude Alter Da warte Na warte Du rufst die Polizei Du rufst kein Krankenwagen Die lang ist gleich der Trinne Halt die Klappe Wir machen Kopf zu Was los hier Es gibt so ne Schlägerei hier Einfach mal Bock drauf So FKK Was Wer ruft hier die Polizei Huch Ich doch nicht Was hast du Was hast du Du hast Du hast ne Dose Ja das stimmt So Super Ah Jo Da haben wir gleich schon mal Die Tellermützen im Haul Aber Oh nein Ach du hast immer Montags frei Ja Und so packst du auch immer Okay Das hast du jetzt aber gesagt Aber gut Ich kann's nicht beurteilen Wie gesagt Auch Männer können das Deswegen sagt ihr Die Frauen schlägt man Normalerweise Oh mit der Zunge Hoppla Also wie gesagt Ich mag das Spiel Überhaupt nicht gerne Aber gut Was denn Ach verdammt Ich hab so ein schönes Quad Hier Vom Mercedes Mein Freud Das war übrigens ein Vorschlag Von Rex Diese China Roller Huch Kacke Das hab ich jetzt gemacht Aua Das tut doch weh Frau Schläger Im Spiel hier Oh ja Sag ja Im Spiel Oh cool So mal rum hier Anlauf nehmen Rauchschläger Sagt sie So ich bin wieder da Ich bin eben gerade auszusehen Ganz kurz rausgegangen Ins Hauptmenü der Playstation So eben noch mal kurz den Chat Aktualisieren Verbindung zum Chat wird wieder hergestellt Ja dann mach das mal Freundchen Mach das mal Machi dasi Tiki zaki Moment geht sofort weiter Die Sprechblase der NSA Mal wieder aufheben Hier Ich komme Holla Nein Huch Äh du hast gar nichts gehört Okay Du hast wirklich gar Was ist das denn Klimbergs Ich hab eben gerade Cinemax gelesen Von der Seite Bisschen Aufmerksamkeit Erregen Hier Wieso Schle 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 Hallo Ach das ist ein Möbellager Ah Hohohoho Hey Du da Schmeckt mein Arm Schön für dich Und Was jetzt Was jetzt Ich hab doch gar nichts gemacht Ich hab doch gar nichts gemacht Ey Was mit dir da nicht richtig Ach Security Machst du das doch mal Dann rufe ich nächstes Mal Akan an Dann mach doch sein Ohr und Wäsche Ich hab doch mal Was jetzt hier Man kommt zu Man kommt zu So Schmott Das ist ja Oh Granate Alter Lauf weiter Lauf weiter Mann Ein Tretboot In Seenot Los Rein ins Plastische Kuppieboot Halt Ich komme So Und Los geht's Ja Passt doch Ich bin ein guter Schipper Lalalalalalalalalalalalalalalala Ach schön Was ist das denn für ein Signalhorn Ich hab da eher ein Nebelhorn erwartet Hey Du da Oh man Wettrennen an Oh Polizei Die Wasserschutz Wollen wir den mal ärgern Hälfte See Ist Das Wunderbar Im Watchdogs Hafen Ist das Schön Hopla 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 Ah Dass sie dich kentern Gut So Da vorne ist das Kreuzfahrt Terminal Ah Ich kann das eben Grad nicht sehen Im Chat Hier Warte mal Ich werde das hier Mal kurz bei mir beenden Auf dem Smartphone Und dann kann ich auch gleich den Chat lesen So Moment Eileen Gibt sofort Wunder Es geht doch Wie bei dollar So Ich komm wieder rein Oh diese Musik dazu Das klingt doch echt pervers Entschuldigung Ich wollte nur mal hallo sagen So Wie war das noch mit einem Parken Okay Jetzt will ich gerne mal wissen Was da hinten Kreis ist Auf der Karte Oh das ist einfach nur Eine Schneise Hier Ha Was ist das Runde Kreis Hier dahin Oh das ist die Queen Mary So ein Scheid Spiel Leute Also wie gesagt Wer das nachher nochmal die Wiederholung anguckt Ja Würde auch wirklich Von sich selber aus sagen Das geht ja wirklich Tausendmal besser Aber gut Probieren geht Überstudieren Ich wollte gerade sagen Was hast du hier Für ein Trockenblock Ja Mach doch mal einen Vorschlag Ich bin mal gespannt Ich genieße nochmal hier Die Musik Und die Seeluft Ach schön Ich wusste Ich wusste Dass es kommt Ich wusste Dass es kommt Ja gut Klar Gerne Was ist das denn jetzt Hier für Die Stadt Sorry Nee Warte mal Ich will nur noch kurz anlaufen Dann machen wir gleich aus Das blöde ist So halt nur gleich Nicht wundern Wenn das Stream Hier unterbrochen wird Aber dann sehen wir uns Das wieder Oder hören So Ich komme Hallo Ich will auf dem Parkplatz 2000 rocker ist ja cool Das werde ich mir auch nochmal besorgen Demnächst So das Ding fängt schon an zu Pups an hier Die kleine süße Ja Acht Mann ich will nur einen packen Geht doch Ah Nicht kentern Nicht kentern Huch Nicht baden Auf allem die Hose sieht lustig aus Sieht aus wie so ein kleiner süßer Mini rock hier Guck mal Auto fahren kann ich auch Wir verträgen jetzt mal die deutsche Bahn hier Freunde Na ja gut Dann würde ich mal sagen Ich unterbreche das Spiel mal ganz kurz Hier und dann sehen wir uns gleich Bei Outlast 2 wieder Das Video hier wird auch nachher Wie gesagt bei YouTube exportiert Also bis dann Bis gleich So cool Klasse Oder Top 3 Nicht schlecht Für die Expertin hier Cool Geil Das war schön So Goodie Bis gleich Bis gleich Bis gleich Bis gleich Bis gleich